So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange 2. Ich glaube, wir sind dabei gestiegen geblieben, dass Daniel verschwunden ist. Beziehungsweise, ich glaube sogar beim Nachbarn ist, sofern ich das mit dir gekriegt habe. Und es draußen... ...wahrscheinlich ziemlich stürmt. So, ich habe ein absolut keine Ahnung mehr. Also, ich glaube, der ist auf jeden Fall drüben. Ich will nur kurz gucken, wo die Garderobe ist, denn ich glaube, fertig sind wir noch nicht. So, wir müssen einfach mal hier noch durchgucken, ob wir noch irgendwas nehmen können. Wahrscheinlich nicht. So, die Notiz kennen wir ja schon. Nein, wir nutzen nichts. Ja, das stimmt, aber... Wir müssen der, äh... Doch, Daniel holen. Von den anderen, man. Okay. Let's get this back back home now. So, schauen wir mal. Warum geht's hier überhaupt dran? Vielleicht ist ich es falsch. Wo geht's hier überhaupt dran, ist die Frage. Also, wir kennen auf jeden Fall das... Also, ich kenne zumindest das Gebiet. Aus... Der... Ähm... Der Advent... Der... Oh, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Der Adventure of Captain Spirit oder so. Daher kenne ich das. Das ist ein Tier. Muss ich die... Habe ich hier keine Klinge oder so? Nö, gibt's anscheinend nicht. Cool. Egal, da holen wir jetzt Daniel. Und geben wir dann nach Hause. Aber ich kann nur nicht einfach betreten. Daniel? Was ist hier passiert? Sean! Warte! Keine Ahnung! Ich kann es erklären. Lass mich sagen. Sean, ich weiß, es klingt verrückt. Aber... Ich habe eine Superpower. Du sahst mich gestern. Ich weiß, dass du das hast. Ich fliege. Ich kann Dinge verändern. Objekte. Mit meinem Geist. Oh. Eine Superpower. Echt? Ja. Ja, echt cool. Well... Das ist ziemlich cool, Chris. So, you're like a superhero? I'm Captain Spirit. Genau. Das ist Captain Spirit, wie weiss ich, den kennen wir. Oder ich kenne den aus den Spielen. Oh. Ich kann ein secret halten, Captain Spirit. Jetzt bist du ein offizieller Mitglied der Spirits-Squad. Wenn du uns betrachtest, ich werde dich entdeckern. Nein, nur schuldig. Oh, ja. Wir brauchen ein... Team Signal. Total. Ich werde... Super Wolf sein. Ja, ich denke mir auch nur so. Was geht hier ab? Puh. Hm. Silver Runner klingt, glaube ich, nicht so cool. Ich würde Professor Days sagen. Ähm. Wie geht es, wenn ich... ... der Mentor bin? Wie Professor D. Oder... ...waschen Ding. Ähm. Also, ich finde den Namen cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir haben einen anderen coolen Namen für euch. Okay, Leute. Ich denke, wir sind bereit, um zu rollen. Äh. Entschuldigung. Ich bin Sean. Oh, ja. Sorry, Mann. Du bist hier für Daniel. Hey, lass uns das offiziell. Ich bin Charles Erickson. Schön, dass du dich kennst. Ich hoffe, dass Daniel und Chris ein gefährliches Team sind. Wir besser warten, oder sie werden über die Welt verletzt. Ja. Sie sharen viele Dinge. Wie stark als Thieves. Können wir gehen, die Christmas tree? Wir beide bereit, um zu fliegen. Ja, ja, ja. Die Team hat sich zu lange warten. Hey, du solltest auch kommen. Komm, du solltest auch kommen. Es ist nichts passiert hier. Ja. Ich kann nicht erwarten, um alle Dekorationen zu sehen. Und Sean. Wir können für Grandma und Grandpa kaufen. Sie werden sich leider um uns sorgen. Ich habe ja keine Ahnung, wie spät es ist. Er sagt jetzt einfach ja. 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 Let's go. Ich weiß nicht mehr viel über Captain Spirit. Das muss ich mal dazu sagen. Ich weiß leider nicht mehr viel über Austin in Adventure of Captain Spirit. Ich habe leider absolut keinen so richtigen Zusammenhang mehr. Ich habe das mal gespielt, aber ich habe es glaube auch nicht durchgespielt. Also es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich schaue nahe. Wie kann ein Dino ein Held sein? Der ist auf jeden Fall ein Schurke. Und der ist auf der anderen Seite. Das Auto könnte uns helfen. Sieht halt aus wie ein Skorpion, ne? Ah, ich sag mal mal eine Station. The bad guys, the good guys. Der Pirate könnte gut sein. Ich bin sicher. 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 Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, was es denn das durchging. Keine Angst. Es ist nicht eine gute Idee, alle deine Macht zu erklären. Dieser Mantroid-Greis könnte dich sehen, du weißt? Auch besser. Also, er wird wissen, dass er besser entfernt wird von uns. Anyway, du solltest nicht jemanden darüber wissen. Nicht sogar dein Vater. Um, definitiv nicht zu erzählen, Vater. Ich will nicht ihn überraschen. Er ist schrecklich über andere Dinge. Hm. Alles cool oder cooles Baumhaus. Ich würde, will jetzt nicht auf den Vater eingeben. Wenn er euch mehr will, dann würde ich ihn wahrscheinlich selber ansprechen. Deswegen sage ich hier cooles Baumhaus. Na ja, dein Vater ist cool. Er hat dich total abgeholt mit diesem Baumhaus. Ja, er hat Steven es für mich gebaut. Es ist meine Fliegefliege. Ich bete. Da gibt's noch nichts mehr. Ja, Captain Spear, du musst ihm helfen. Natürlich. Ähm. 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 Ich weiß nicht, ähm. Ich kann es nicht fixieren. Ich fühle mich nicht gut. Er hat mir gesagt, er wird es machen, wenn wir zurück vom Markt kommen. Okay. Weißt du, was passiert ist? Ähm. Chris. Es ist nichts von meinem Geschäft. Aber. Hat etwas passiert zwischen dir und deinem Vater gestern? Ähm. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ähm. Ich weiß nicht. Claire scheint zu sein. Ich bin mir überrascht mit euch. Claire ist immer überrascht. Wir sind cool. Total. Er ist einfach... Er hat einfach... hat einen schweren Zeit auf sein eigenes Leben. Das ist alles. Ah. Okay. Das kann ich verstehen. Und äh. Es wird auch bessere Tage wahrscheinlich für sie geben. Außer für mich. Ich weiß, Leben kann ziemlich schwer werden. Vertraue mir. Aber... Du bist okay. Du bist toll. Danke, Shawn. Aber ich fühle mich nicht mehr. Ich habe die Macht. Und ich habe Daniel. Oh, cool. Sorry. The Water Eater is still broken. There's the signal. Come on, Daniel. Hey. Pro tip. Don't go in there. Ja. Ja. Okay, Squad. Kann ich verstehen. Ja. 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 Okay. Ich weiß, dass das... Ich glaube sogar tatsächlich so in den USA manchmal ist. Ich bin mir da auch nicht sicher. Ich glaube, das spielt in den USA richtig. Ich bin mir absolut unsicher aktuell. Deswegen habe ich keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam On The Road geschafft haben, oder? Dann würden wir heute eine kürzere Folge machen. On The Road abschließen. Wenn es jetzt tatsächlich das Ende ist. Oder in der nächsten Folge mit der 3 anfangen. Was auch immer die 3 ist. Aber es scheint noch nicht zu Ende zu sein. Okay. Scheint absolut nicht zu sein. Alle holen sich hier am Weihnachtsbaum gefühlt. Ich dachte jetzt gerade, da kommt jetzt irgendjemand vorbei, der uns kennt. Okay, buddy. You ready? Yeah. Hey. You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. Don't get lost. But... Dude. What the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Tristan is right. Who thinks he can do all this cool stuff? I wish he could. He reminds me of Noah. Er hat bestimmt noch eine Kraft, aber ich bin mir absolut nicht mehr sicher, welche es war. Oh, das Geheimnis schützen oder Chris nicht anlügen. Ich stehe halt... Eigentlich will ich ihn nicht anlügen. Aber wir müssen eigentlich auch das Geheimnis schützen. wissen. Aber vielleicht hat... Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber tatsächlich, Chris hat eine andere Superkraft. Und wenn wir ihn jetzt nicht anlügen, also die Wahrheit ihm jetzt sagen, dann würde vielleicht seine Superkraft noch entdecken. Weil ich bin mir sicher, dass er eine hat. Ich weiß es nur nicht mehr. Ich weiß es, Mann. Aber du kannst nicht mit Freunden über etwas wie das. Er könnte in Probleme, denken, dass er das Geheimnis fliegt. Oder er könnte verletzt werden. Also willst du ihm die Wahrheit erzählen? Nun... Ich will dich nicht mehr lieben. Du musst ihm nicht alles erzählen. Aber... Lass ihn nicht denken, dass er magische Kräfte hat, ok? Du weißt? Er hat bestimmt irgendeine magische Kräfte. Aber ich weiß nicht mehr welche. Das ist das Problem. Deal. Ich bin auf dich und Anno. Kann ich jetzt Chris sehen? Ja, lass uns gehen. Aber nicht vergessen, was ich gesagt habe. Ich bin da wirklich mal gespannt, wie das noch geht. Wow! So viele Bäume! Ja, normal. Was ist das für ein Schneemann? Was ist das für ein Schneemann? Was ist das für ein Schneemann? Kann Daniel helfen, Dad? Ja, natürlich kann er. Super! Komm schon, kein Zeitpunkt zu verlieren. Okay, einfach wähle den, den du möchtest und komm mich zu holen. Deal? Deal. Ich habe nie auf so eine gefährliche Mission gearbeitet. Ja, diese wilde Bäume warten, um uns zu essen zu essen. Wir werden das Team tun, den wir wollen. Was? 70, 40, 60. Okay. Interessant. Ja, was habe ich jetzt überhaupt für ein Ziel? Ein meines Geschenk für Daniel finden. Okay, was ist das? Äh, okay, cool. So, die Karte. Boah, ich hoffe wirklich, dass wir irgendwie was finden noch. Aber Wild scheint noch nicht mal zu Ende zu sein. Wenn ich das richtig sehe. Boah, also das wird jetzt echt hart. Ich glaube, wir haben auch schon das erste so ein bisschen verpasst. Das fragt sich bestimmt jeder. Ja. Dear Santa. We've been good kids this year. Please explain this hot mess. Ja, gute Frage, ne? Fege Spray. Ich will jetzt gerade nicht so das Beste, was wir hier finden. Der raucht einfach. Alles klar, man. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Zehn Euro. We only sell handmade local products. Come take a look. Hm. Also das kann man nicht kaufen. Too bad, we can't come and see. Gut, lass den Weihnachtsgeister klingen. Okay. Brauchen wir nicht so weit. Oh, wir können uns hinsetzen und zeichnen ein bisschen. Das klingt doch cool. Wieder eine neue Zeichnung. Okay, got it. So, einfach bewegen. Weitermachen. Hm. Und noch einmal. Die Menschen müssen wir einfach vergessen. Time to take the pen, dude. What are you drawing? Whoa. It's so cool. Are you like a professional? Heh, nah. More like the opposite. You could draw comic books. The awesome adventures of... Captain, Spirit and Super Bowl. Could you sell them for Hollywood name? Yeah. I'll think about it. Hey, can you add something funny to your drawing? Funny? Like what? I don't know. Something cool. Ah, okay. Big question. Zombies? Or UFO? What about... A giant spaceship flying over Beaver Creek? Okay, got it. I hope I can draw like you one day. I'm sure you will, man. Okay. So, Grenzen zeichnen ist damit erledigt. Ah, okay. Das kennt man noch. Was ist denn eigentlich Daniel? Mhm. Aber wenn der Super Wolf ist, dann ist ich glaube nicht für ein... Dings. Also unsere Aufgabe ist es, ja, allein zu schenken für Daniel zu finden und... schonLook. good boy. Ummm... Quiet morning. Na, guck mal Also so ein Schneemann denke ich Das wäre ein bisschen zu Dings Nehmen wir uns doch so einen sitzenden Bär Oder? Ja doch, wir nehmen uns so einen sitzenden Bär Bezahlen Okay, um, kann ich eine von diesen Bär Natürlich, unser bestseller dieses Jahr Cool Ja, bezahlen wir was Danke Anything else? No, ich bin gut Ja, du auch Danke Cool, mission accomplished Okay, wir haben jetzt das Geschenk So Dann verlassen wir jetzt Found what you were looking for City boy Um Yeah Something for my little brother You bought your brother something Out here Damn Poor kid Sorry I'm I'm just a grumpy old gal Me and my friends have been Crashing here for the wait Nobody Nobody Gives a shit about us Yeah, I can tell you're not from around here Ah, jetzt schon Now we are Now we are Kinda That sounds Complicated Trauma Yeah Lots Yeah, I hear that Way too much What about you and Your friends Roadtrip Uh, not really We kinda hop from Place to place Hunting for Little jobs Must be a long ride That's okay We hop on trains Gives us time to rest Oh, that thing is dangerous But it's also out of here Man That sounds wicked You have no idea It's free And so fucking fun Well, unless you get caught or fall But we've been lucky so far That's the best Nobody tells us what to do No corporation owns us And you get to see so many cool places Exactly Next stop is Humboldt County, California Stoner break Not even close We actually got work over there Oh, that's the shit Sean, what are you doing? We picked the tree with Chris It's all crooked like an old witch Oh, hi Who are you? Oh, your hair looks so cool Is it a wig? Yeah, well Yeah, cool What do you think? Hmm I don't know But it's really cool I'm Daniel What's your name? Hi, Daniel I'm Cassidy Cassidy I'm on a secret mission With my friend It's very dangerous I can tell I hope you get your mission accomplished And what's your name? Oh Oh, uh Sean I I thought I told you No, you did Sorry You went through some shit with the guys How much you make? You ready? Hello, pups Oh, is that your doggy? So cool Yeah, he's been through a lot Like most of us So we adopted him And he stinks Yeah, you stink and you like it, huh? He's not the only one Have you checked your hair? I think it just twitched You should keep your distance, dude All right She looks really cool I think See? He knows I'm clean You're the nasty one Yeah You always go for those suburban boys Are you kidding? You want to talk about your scoreboard hot shot? Hey No worries Come on Let's bail It was nice meeting you, Sean And Daniel Stay out of trouble, kid Goodbye Hope we see you on the rails someday Yeah Good eyes To you around I don't know What is my window I'm only banded I miss her too Hey, excuse me Dogs have to be on a leash around here Too many strays Sorry, dude We don't do leashes Well The city does If an unleashed dog is liable to a fine So You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice Loitering is illegal too And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie We're allowed to visit the Christmas market Our dog's not gonna eat you Look at him You better watch your mouth You punks are always causing trouble This is a nice town, okay? Jeez Someone needs to get laid He's out of pills That's it I'm calling the cops Oh, God He's gonna call the cops on us, Finn Chill out We're leaving this shithole anyway You guys don't even have a Santa, for Christ's sake Merry Christmas Fucking Parasites Why did they fight? I don't know why he yelled like that He said we'd do something about it? Hmm, nee We shouldn't do this here We shouldn't do this Sonst would it not Sonst would it just Really completely Eskalate Nice You're right So, then let's Come on, Daniel So, okay Where are the two now? Oh, they're in the car Okay I already thought, where are they? Hey Hey, you guys ready to go? Yeah All done Cool Hop in Na dann Are you having too much fun back there? Yeah That's what I thought Okay Also Rhodes scheint ein relativ langes Kapitel noch zu werden Ich bin mal gespannt, wie viel das noch wird Aber wir haben jetzt zwei neue Leute kennen Also eine zumindest kennengelernt Der zweite heißt anscheinend Finn Ja, also praktisch dann doch zwei neue Leute Vielleicht sieht man die ja wieder Das wäre auf jeden Fall cool So hätten wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung hier So, perfekt Ich würde auch sagen, für diese Folge könnten wir es hier dabei sein lassen Wir werden zwar haufenweise Ärger von unseren Großeltern kriegen Aber vielleicht pendelt sich das ja alles ja bitte jetzt ein bisschen ein Wer weiß, die sind einfach vielleicht ein bisschen zu vorsichtig Müssen wir mal schauen Auf jeden Fall würden wir es für diese Folge sagen Dankeschön fürs Zuschauen Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao, bis zum nächsten Mal Bei Life is Strange 2 Ciao, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal